Oxygen 4, Jean-Michel Jarre. Man stelle sich vor, eine Million Menschen auf dem Place de la Concorde in Paris und er spielt. Er hat im Grunde genommen den Synthesizer und das Keyboard so populär gemacht und deswegen dieses Stück als Coverversion, so gut es geht, wie gesagt, mit diesem Gerät. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.